Ich bin hier, weil ich mich anstecken lassen will von der ganzen versammelten Kreativität. Ich bin hier, weil ich lebe von Geschichten. Weil Brasilien der Schwerpunkt ist, ich habe zehn Jahre in Brasilien gelebt, ich liebe dieses Land jedes Jahr dort drüben. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Das ist Deutschland und das ist absolut der wichtigste Markt in der Welt. Hier auf der Frankfurter Buchmesse, da kann man schon sehr viel für sein Image tun, aber auch natürlich für den Buchverkauf. Ich finde es gut, dass es noch eine Buchmesse gibt, dass das Buch noch haptisch erfahrbar ist und wenn ich nur noch im Internet auf Messen gehe. Ich bin hier, weil mein Buch hier ist. Ich bin hier, weil die Literatur hier gefeiert wird. Die Buchmesse fühlt sich für mich grandios an. Wenn man in der ganzen Stadt so eine Buchatmosphäre ist, das finde ich ganz toll. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier, ich bin hier. Untertitelung des ZDF, 2020